hallo zurück bei ja ich hab wir sind jetzt schon wieder jetzt kommt er wieder angriff ist die beste verteidigung ich habe ihn gekillt nein er ist bewusstlos bewusstlos ich habe keine nahrung ich kann nichts herstellen er ist bewusstlos aber ja jetzt ich dachte ich mache jetzt erst mal ganz gechillt ok der ist jetzt tot kann ich denn jetzt irgendwie körper ziehen komm mit ich muss jetzt hier erstmal wieder alles ich fange hier jetzt wieder komplett bei null an k schweiz kann ich kann man wieder irgendwie ist und halbwegs guten start also ich habe nämlich jetzt auch ein paar einstellungen verändert muss ich dazu sagen ich habe die schwierigkeit noch ein bisschen runter gestellt also die geht ja eigentlich gar nicht mehr viel tiefer aber ich habe trotzdem gemacht ich bin jetzt bei der schwierigkeit 0,1 so dass wir jetzt hoffentlich macht der mir nichts das sieht eigentlich harmlos aus das sieht eigentlich lieb aus aber das weiß man hier ja nie ich hoffe mal dass der harmlos ist ich muss jetzt mal ein bisschen gas geben weil es kann ja nicht sein dass ich hier dauernd äh sterb was soll er Musik wieder schlagen ich will jetzt endlich mal eine Base aufbauen wo ich ein bisschen sicher bin ich mach mal noch kurz eins Option ich mach mal die Gesamtlautstärke noch ein bisschen geringer aber ich glaube das ist relativ laut ich will doch bloß einen Busch hier sammeln geht nicht ich finde hier immer recht geile Spots um irgendwie äh mir was zu bauen aber irgendwie sterbe ich immer vorher ist natürlich ein bisschen ärgerlich ein bisschen arg sogar so wir haben jetzt eigentlich alles erstmal abgegrast und dann gucken wir mal was wir uns jetzt wieder herstellen können eine Spitzhacke machen wir eine Fackel nicht dafür fehlt Feuerschwein das können wir aber gleich machen wenn wir die die Hacke hier haben ja Feuerstein haben wir schon mal Stein haben wir hey was ist denn jetzt passiert der scheint wirklich friedlich zu sein der macht mir nichts der greift mich nicht an aber vor was ist der weg gerannt hm keine Ahnung so den Stein kloppen wir noch weg und dann äh machen wir uns wieder irgendwie das Werkzeug okay gut den 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 Stamm nehmen wir noch auch gut dann machen wir uns eine Spitzhacke äh eine Fackel da hinten rennt glaube ich irgendwas rum was ist denn das hoffentlich nichts böses herstellbares was brauchen wir dafür noch mehr Holz dann nehmen wir mal machen wir mal so eine Axt und wieder mal ein Feuer die Axt die benutzen wir jetzt mal das ist ein Schildgründer das ist ein Schildgründer und es war aber hallo so ein riesen Baum und er gibt kaum Holz dann gibt ja die Palme mehr ich verwechsel immer die Steuerung Steuerung. Was ist denn jetzt? Ich will die nicht mehr benutzen. Wie ging denn das? Ja, okay. Ich habe, glaube ich, auch die Dinos ein bisschen schwächer gemacht. Das kriege ich nicht. Hoffentlich kann ich hier noch ein bisschen Steine einsammeln. Oh, da ist wieder so einer. Aber der macht mir gerade auch nichts. Hat er mich nicht gesehen oder will der mich? So, level up. Geh mal auf Nahrung. Ich wollte, ich wollte... Einfaches Bett. Kann ich damit die Nacht überspringen? Brauche ich einen Lederschlafsack. Stoffhandschuhe. Was machen die gegen Verletzung? Nur geringen Schutz. Wasserschlauch. Entlernen wir. Entlernen wir. Hose. Ein Knüppel. Ähm, okay, gut. Dann machen wir jetzt was. Ähm, wie viel Hunger haben wir? Nahrung. Wir müssen essen. Nahrung geht nach oben. Sehr gut. Dann... So, von den, die machen wir auch mal da rein. Einfach damit wir das Essen gleich immer parat haben. So, und jetzt? Jetzt regnet's. So, jetzt gucken wir mal. Ähm... Ne, ich wollte nicht pfeifen. Herstellen. Äh, hier. Das hier. Was brauchen wir da noch? Stroh. Stroh. Ähm, Inventar. Ist da. Benutzen. Oh, ich hab's Gefühl, gleich steh ich wieder vor irgendeinem Dino und er macht mich gut. Ähm, Inventar. Okay. Die Farme scheint ein bisschen mehr Stroh zu geben. Also die hier. Gut, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu dem Platz, wo wir vorhin waren. Weil der gefällt mir. Habe ich schon ein paar mal gesagt, ich weiß. So, alles aufgesammelt. So, herstellen. Können wir zwei Stück herstellen. So. Benutzen. Ah, guckt mal da. Da können wir uns wirklich eine Plattform bauen. Aber vielleicht nicht so mittendrin. Oh. Oh. Weil sonst kommt da vielleicht irgendeiner und macht mir das wieder kaputt. Zum Beispiel so einer da. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Strohwände herstellen können. Ne, was fehlt uns? Stroh. Oh, Mann! Was macht's Essen? Essen haben wir noch. Egal. Ah ja. Ah ja, das Zeug hier verdirbt ja auch. Dann, ähm, essen wir mal einfach. Bevor es ist nämlich verdirbt, da futter ich's lieber viel, äh, viel zu viel davon. Ich brauche Stroh, Mann. Hallo, ich will den Strauch hier haben. Hallo, ich will den Strauch hier haben. Hallo, was ist mit dem Strauch los? Ah, jetzt. Da muss man schon einiges sammeln, muss ich sagen. So easy ist das nicht. Was ist jetzt kaputt gegangen? Was soll denn das? Was soll das nicht? Oh, das ist einiges. Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, du bist... Oh. So, da ist meine kleine Plattform, jetzt brauchen wir Bände, wie kann man davon machen? Zwei, na, auch nicht wirklich viel, aber besser wie nichts. Oh, ich bin, wenn ich das überlebe, bin ich ein bisschen happy. Natürlich ist das hier offen, aber da müssen wir halt jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Parameter Fackel drauf, weil, nein, schon wieder kaputt. Weil ich das Gefühl habe, dass dadurch mehr Stroh rauskommt. Aber ich nehme jetzt mal wieder die Axt. Okay. Okay. Entferne etwas aus deinem Inventar. Na toll. Äh, verdirbt. Okay. Dann erstmal einfach das und besser. Achso, ich kann jetzt nicht sprinten, weil ich zu schwer bin. Ist ja geil. Okay. Oh, alter ist der langsam. Ähm. Da brauche ich eine ganze Strecke. Wie cool, der kann in verschiedenen Tonarten pfeifen. Strohwand brauchen wir noch eine Strecke. Jetzt kann ich gar nicht mehr laufen. Alter. Gibt's das denn? Ähm. Eine Kiste. Was kostet denn? Wo ist denn die Kiste? Hier. 6 EEP braucht die. Scheiße. Äh, voll her lassen. Was haben wir hier noch alles, was wir mal wegschmeißen können? Eigentlich nicht viel. Naja, wenigstens ein bisschen können wir jetzt wieder laufen. Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber, äh, ja, ist ganz gut. Ich bin halt so langsam. Machen wir mal wieder einen Sperr gerade. Weil's da irgendwas auf mich wartet. Lauf doch ein bisschen schneller, wenigstens. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, der da sieht ganz witzig aus. Der läuft immer hier rum und, äh, trampelt da, aber er macht nichts. Was hat er denn jetzt? Der hat, der hat, äh, der hat geschissen. Der Dino hat geschissen. Mann. Muss ich mir gleich mal angucken, ob ich das aufsammeln kann. Das wird wahrscheinlich zu schwer sein. Ich setze jetzt hier ein Lagerfeuer ins Stroh. Mhm. Ist natürlich sehr intelligent, aber es funktioniert halt. so. Ich muss mir eine kleine Hütte bauen, weil sonst, äh, bin ich glaube ich nachts gleich wieder tot. So, kann ich mir jetzt noch eine Türe basteln? Ja. Achso, Moment. Ich muss ja erstmal die Türe dann ins Inventar machen. Äh, beziehungsweise benutzen. Wie nehme ich die Fackel jetzt wieder weg? Okay, so. Oh, die ist schon wieder weggegangen. Okay. Äh, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir wollen eigentlich noch ein paar Wände herstellen. Stroh brauchen wir wieder. Ich bin immer noch zu schwer. Oder schon wieder? Ne, Nackobären wollte ich jetzt nicht. Sie dann immer. Und, die sind noch neun Minuten haltbar. Also ich muss sagen, meine Gesundheit und meine Nahrung habe ich gerade gut im Griff. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen rennen. Da ist ein Dino. Und da ist einer wie von da, äh, einer wie da drüben. Der sollte mir nichts machen. Ben nutzen. Bin schon wieder überladen. Oh, ich will den nicht angreifen. Aber ich komme nicht vom Fleck. Mann, Mann. Äh, Steine brauchen wir eigentlich. Gerade nicht. Ich brauche Stroh. Gib mir Stroh, Mann. Stroh, nicht Holz. Wie mache ich da auf? Ah, mit E. Ähm. Reicht nicht. Ich brauche nur mehr Stroh. Ähm. Ich wollte die Axt reparieren. Gegenstand reparieren. Ben nutzen. Da steht immer noch so ein Dino rum. Aber der hat mich bisher nicht beachtet. Ich hoffe mal, das macht er auch weiterhin nicht. Ich habe gerade Angst, dass da einer rumsteht. So, ich würde jetzt aber sagen, wir haben die erste Folge überlebt. Bevor wir jetzt noch sterben, beende ich die Folge hier. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Ich habe doch gar nicht so viel Zeug da drin. Holz, Stroh herstellbar. Nichts. Mann. Okay. Dann müssen wir hier, äh, mal das Holz abwerfen. Weil, ähm, ja ich meine Holz kriegen wir sowieso wieder. Holz kriegen wir wieder. Steine finden wir auch. Das ist jetzt nicht das Problem. Wow, ein Flugsaurier. Das da, warte mal, das legen wir mal auch. Ähm, warte, das ziehen wir. Hallo. So. So. Weil dann müsste eigentlich, wenn ich auf 4 gehe, genau, das ausgewählt werden. 14 Fasern habe ich gekriegt. Ich will jetzt eigentlich, äh, eigentlich will ich gerne aufhören, aber ich würde gerne voll das Häuschen fertig bauen. so. 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 Türe zu. Und dann nochmal schnell craften. Strohwand. Äh, eine kann ich nur bauen. So. 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 warm. So. So warm. So. 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 der Stroh ja, zwei Stroh ähm, dann das hier nehmen wir hier noch ein bisschen was mit Hallo Hallo gib mir, gib mir die Bären okay es soll auch soll jetzt auch erstmal genug gewesen sein Moment, gehen wir mal mit jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Lager und dann ist wirklich Ende hier in der ersten Folge, die ich überlebt habe so, machen wir mal hier Lagerfeuer an ich finde es zwar ein bisschen seltsam, dass ich das hier einfach in der Strohhütte benutzen kann oder anmachen können ich hoffe mal das fackelt nicht ab aber wir haben unsere erste Hütte da ist unser beschützender Dino den können wir vielleicht irgendwann mal zähmen ähm, wir haben eine Hütte alter, wie geil ist das ähm, wird es jetzt automatisch gespeichert? Tagebuch ich hoffe mal, dass es gespeichert wird, weil, äh, das, wie gesagt, das war es jetzt von der ersten Folge arg, die ich überlebt habe ähm, hier verdirbt schon wieder Zeug ich gucke mal, ob ich gerade noch was essen muss ja, das macht Sinn äh, die Siegen die verderben nämlich gleich die haben alle noch ein bisschen Zeit die nehmen wir auch noch kurz sehr gut also unser Heini hier lebt noch ich bin bei 130 äh, ich sag mal kurz noch aua da wollte ich doch gar nicht hin äh, ich will noch kurz ins Wasser genau, weil ich dehydriere ich weiß nicht, wie weit ich da rein kann ohne, dass ich angegriffen werde wie lange, wie viel Wasser war das jetzt? 90 dann gehen wir nochmal kurz rein, dann müsste es dahinter sein oh oh ne, der macht mir nichts Tür zu so, Delay sehr gut also, das war es jetzt endlich von der ersten Folge arg survival involved das ich überlebt habe ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und, äh, falls ihr Tipps oder Tricks habt dann schreibt sie mir in die Kommentare bis zum nächsten Mal ciao Leute das war es wir aber in остан wir tra ja